Jo, und heute geht es in die Speiskommer. Und für alle, die nicht weht, was Speiskommer hält, die norddeutsche Übersetzung. Heute geht es in die Speiskommer, an die Nordsee. Ja, schöne Tour ist platte Land. Leider ein bisschen trübe und nass, aber trotzdem Spaß gebracht. Ja, schöne Tour ist platte Land. Musik Ja, diesmal nicht mit der Fähre über den Nordostsee-Kanal, sondern bei Rendsburg durch den Tunnel unter den Nordostsee-Kanal durch. Musik Musik Moin! Oh nein, diesmal vera. Musik 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 So, Freunde, das war's. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. HALT! Da war noch was. Kalle hatte sich hinter Rendsburg noch eine Schraube in den Hinterreifen gefahren. Ja, und Oli war so nett und hat die dann mit einem Anhänger abgeholt. Damit ihr keine Videos verpasst, einfach den Abo-Button und die Glocke aktivieren. Musik 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 Musik